Hallo ihr Lieben, ich trinke gerade meinen End-of-the-World-Coffee und ich habe mich länger nicht gemeldet, aber jetzt habe ich Zeit gefunden. Mein Leben ist auch gerade recht herausfordernd, aber ich habe jetzt Gott gefragt, was dran ist, habe einige Sachen zusammengesammelt und möchte mit euch heute reden über die Zeit der Entscheidung. Weil ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir gesagt hat, es ist eine Zeit der Entscheidung, in der wir gerade leben, mehr als je zuvor. Weil wenn es wirklich so ist, dass Jesus nahe vor der Tür steht, dass die Entrückung passiert, dann braucht es diese Entscheidung für Jesus, für das Leben und zu sagen, ja Jesus, ich glaube dir, ich glaube, dass du für meine Sünde, für meine Schuld gestorben bist, das Gericht auf dich genommen hast und den Tod besiegt hast durch die Auferstehung, weil wenn wir das glauben und bekennen, dann werden wir gerettet werden, ohne das Dazutun unserer Werke. Und deswegen, denke ich, leben wir in einer Zeit der Entscheidung, wo uns auch dieses Jahr immer wieder vor Augen geführt wird, wie vergänglich das Leben ist, wie schnell das alles weg sein kann, was wir uns aufgebaut haben. Ich habe ja in meinem Thumbnail diesen Pool gezeigt, wo das Lava reinfließt und den Pool so zum Kochen bringt und ich habe mir davon auch ein Video angeschaut, ich blende das mal parallel ein. Da sieht man so richtig, wie diese Massen unaufhaltsam diesen wunderschönen Pool kaputt machen und zum Kochen bringen und einfach alles unter sich begraben. Und da hilft auch keine Feuerwehr mehr, da kann man einfach nur zugucken, wie das alles eben verschüttet wird. Und ja, über den Vulkan reden wir später nochmal ein bisschen, weil das durchaus auch interessant ist, aber für den Anfang eben dieser Gedanke, worauf baue ich mein Leben auf, was ist meine Hoffnung? Und dieser Kanal soll ja dazu da sein, glückselige Hoffnung zu verbreiten, weiterzugeben und da ist es wichtig, welches Bild haben wir von Gott? Denken wir, dass Gott der Zerstörer ist, dass Gott der ist, der nur fordert von uns und ich weiß nicht, projizieren wir all unseren Schmerz irgendwie auf Gott oder erkennen wir, dass die Bibel ja sagt, dass Gott alles sehr gut gemacht hatte und dass er das auch wieder herstellen wird und dass er der Belohner auch ist. Ja, Jesus hat ja auch seinen Jüngern gesagt, dass er hingeht, ihnen eine Stätte zu bereiten. Er bereitet gerade etwas vor, wo wir überhaupt gar keinen Teil dazu beitragen, aber wir werden es eines Tages alles genießen dürfen in der Gegenwart Jesu. Und in Hebräer 11, da heißt es auch, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also man muss glauben, dass Gott ist, dass er existiert und dass er ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Dies ist ein ganz wichtiges Gottesbild. Gott möchte so wahrgenommen werden als der gnädige Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er möchte wahrgenommen werden als der Gott, der sagt, ich bin Liebe. Ja, das sagt die Bibel ganz klar, Gott ist Liebe. Und das ist wichtig, dass wir dieses Bild von Gott haben bei allem, was wir auch gerade sehen, was so kaputt geht bei anderen Menschen, vielleicht auch in unserem eigenen Leben, dass darüber steht, er wird alles neu machen. Und er ist der Gott, der absolut seine Augen auf uns hält. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er ein Belohner ist, wenn wir ihn suchen und wenn wir gerne nahe bei ihm sein möchten. Ja, in Psalm 90, Vers 12 heißt es auch, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Der Tod ist natürlich kein schönes Thema und kein Mensch will sich damit auseinandersetzen so richtig, insbesondere wenn man noch jung ist. Das ist auch normal ein Stück weit, weil Gott hat die Welt ja perfekt gemacht. Ja, der Tod gehörte nicht dazu. Der kam erst in die Welt, als der Mensch gesündigt hat, als er eben genau ein Misstrauen gegen Gott hatte. Der enthält mir was vor. Und das hat der Feind ihnen eingeredet. Und so ist es auch heute immer noch das Gleiche, dass der Teufel versucht, ein Bild von Gott uns darzustellen, wie Gott nicht ist. Und Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss. Der Feind, der kommt, um zu zerstören und um kaputt zu machen. Aber bei Jesus gibt es überfließendes, ewiges Leben. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns da wirklich entscheiden müssen. Bauen wir auf unsere Gesundheit, unser Haus, unsere Arbeit, vielleicht unsere Familie. Das sind alles wunder, wunderbare Dinge. Aber das sind keine ewigen Dinge. Und unser Leben ist wie ein Hauch, sagt die Bibel auch. Und es vergeht, das Irdische wird vergehen, aber die Ewigkeit steht vor der Tür. Also ich bin mir sicher, dass Jesus bald kommt. Und er sagte ja auch, wir sollen wachsam sein, wir sollen die Zeiten der Zeit erkennen und unseren Blick nach oben richten. Auf die Ewigkeit, auf das, was sein Reich betrifft, auf das, was ewig zählt, auf das, was auch ewigen Lohn bringt. Und nicht das, was eben irdisch und vergänglich ist und was Motten hier zerfressen können und ja, oder ein Vulkan zerstören kann oder Feuer oder Fluten, wie wir das alles dieses Jahr auch schon gesehen haben. So, denke ich, leben wir in einer Zeit der Entscheidung. Dann kommt die Entrückung. Und auf der Erde wird es dann zu einer Zeit der Versuchung kommen. Das steht in Offenbarung 3, Vers 10. Das werden circa dreieinhalb Jahre sein. Das wird eine Zeit sein, wo der Antichrist anfangen wird, sein Imperium aufzubauen, seine Stellung zu sichern. Und wo dann das Zeichen von ihm an Hand oder Stirn angenommen werden muss. Und da finde ich es interessant. Ich finde, wir sehen jetzt schon Vorstufen davon. Aber letztendlich wird das nochmal viel intensiver sein, weil man dann auch keine Lebensmittel zum Beispiel mehr kaufen kann. Da geht es dann nicht nur darum, dass man nicht mehr in die Bibliothek gehen kann und seine Kinder da reinschicken muss, sondern dass man wirklich keine Lebensmittel mehr bekommt. Wenn man dieses Zeichen nicht annimmt, so steht es in der Offenbarung. Und nach diesen ersten dreieinhalb Jahren kommt dann die Zeit der großen Drangsaal. Das werden auch nochmal dreieinhalb Jahre sein. Da wird es eben nie dagewesene Katastrophen geben auf der Erde. Da ist das, was wir gerade erleben und sehen, nichts dagegen. Und es ist eine Zeit des Gerichtes. Und da muss man dazu sagen, dass auch da immer noch die Möglichkeit ist, umzukehren, Buße zu tun, zu erkennen, dass Gott gut ist und ja, dass er retten möchte. Aber es wird keine einfache Zeit sein, um das anzunehmen. Das ist jetzt die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Und dann wird die Zeit der Versuchung kommen, weil wenn einer dieses Zeichen des Antichristen angenommen hat, dann wird er auf ewig verloren sein. Das ist so, wie wenn Gott quasi uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, dann setzt er uns ein Zeichen auf und der Teufel möchte sein Zeichen auch Menschen aufsetzen. Und ich habe mehrfach die Nummer 333 in der Nacht gesehen. Ich bin immer mal wieder aufgewacht in den letzten Monaten. Also drei, vier Mal ist das bestimmt passiert. Und das erste Mal, das war sehr eindrücklich. Da habe ich dann am nächsten Tag die 333 nachgeschaut. Interessanterweise finde ich diese Internetseite nicht mehr. Aber ich habe mir gemerkt, dass es wirklich mit Auferstehung zu tun hatte und natürlich, weil Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Und ich habe dann vor ein paar Tagen nochmal gegoogelt nach der 333. Da gebe ich dann immer ein, auch Bibel, Bedeutung. Und das war einfach ein interessantes Potpourri, was da rausgekommen ist an Bedeutungsvielfalt und in welche Richtung das ging. Und zwar eine Seite sprach von der wahren Familie aus Markus 3, Vers 33 und fortfolgende, wo Jesus sagt, das ist meine wahre Familie. Und wir sind ja durch den Glauben Kinder Gottes geworden. Und wenn du das noch nicht bist, dann lädt dich Jesus ein und du kannst es jederzeit annehmen und werden. Es kostet dich nichts, sondern einfach nur Gott zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Und dann der neue Bund aus 1. Mose 15, Vers 9. Da ist eben von drei Tieren die Rede. Eine dreijährige Junku, eine dreijährige Ziege und ein dreijähriger Widder. Das hat mit Abraham zu tun und ist eine Vorschattung auf den neuen Bund. Da kommt eben auch die Zahl 333 vor, fand ich interessant. Über den neuen Bund werde ich sicherlich auch nochmal was sagen. Und dann Exodus 33, Vers 3. Da ist das erste Mal, wird das gelobte Land erwähnt, wo Milch und Honig fließen. Ist doch eine interessante Mischung. Die wahre Familie, der neue Bund und das gelobte Land. Außerdem kam raus von bibelwissenschaft.de, das wurde mir auch vorgeschlagen, als ich die 333 angegeben habe, die Rahab, die Geschichte von der Rahab, die in Joshua steht. Und die hat ja, also für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, die Rahab hat in Jericho gewohnt. Und das Volk Israel wollte Jericho einnehmen. Und die haben zwei Kundschafter ausgesandt in diese Stadt, um diese Stadt zu erkunden. Ja, wie dicht ist die, wie dick ist die Mauer und was weiß ich, was man erkundschaftet, wenn man Krieg führen will, kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall sind diese Kundschafter zu dieser Rahab gekommen und die war eine Prostituierte. Die wollten von ihr nicht irgendeine Dienstleistung haben, sondern die haben bei ihr ein Versteck gesucht und die hat in der Stadtmauer gewohnt. Und die haben von dort natürlich sehr gut alles überblicken können, haben schauen können, wie dick ist die Mauer und so. Und haben der Rahab dann sehr wahrscheinlich auch von Jahwe, von ihrem Gott, erzählt. Und die Rahab, die hatte gehört, dass das Volk Israel trockenen Fußes durch das Rote Meer gekommen ist. Wie groß dieser Gott von Israel ist, der sie so in den Sieg geführt hat, auch gegen die Ägypter, die dann im Roten Meer ertrunken sind. Und sie sagt dann Folgendes in Joshua zu denen. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres für euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt und so weiter. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also sie hat wie wirklich Glauben gehabt und sie hat gesagt, der Gott, das ist der Gott des Himmels und der Erde und hat dann diese Kundschafter gebeten, dass sie bei der Einnahme von Jericho verschont bleibt. Und die haben ihr dann gesagt, sie soll eine rote Schnur aus dem Fenster hängen, dass das kennzeichnet, dass sie dort wohnt. Sie soll ihre ganze Familie in ihr Haus holen und dann werden sie verschont werden, wenn diese rote Schnur dort hängt. Und ich habe hier so ein Buch, das heißt die zwölf außergewöhnliche Frauen und da ist eben auch Rahab mit drin. Und ich habe mir das mal durchgelesen. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, wie Gott eben sagt, dass dieses Jericho total böse war. Und ja, auch die Rahab als Prostituierte natürlich nicht das tat, was Gott gefällt. Und trotzdem hat er Gnade mit ihr gehabt, weil sie geglaubt hat. Und diese rote Schnur, da steht hier auch mit Sicherheit, ist es ein passendes Symbol für das Blut Christi, das den Zorn Gottes abwendet. Also das hat ja Israel auch erlebt, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Da sollten sie das Blut von einem Lamm an der Tür verstreichen und der Zorn Gottes ist eben vorübergegangen. Und in diesem Fall ist die Rahab gerettet worden mit ihrer Familie, weil diese rote Schnur da war. Und in genau der Art und Weise werden auch wir gerettet, entrückt und auferstehen, weil das Blut Jesu für Gott sichtbar ist auf unserem Leben, wenn wir das im Glauben annehmen. Dann hat das Blut Jesu uns reingewaschen von aller Ungerechtigkeit und wir haben die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen, sind wiedergeboren worden zu einer neuen Kreatur und haben eine ewige Hoffnung in Jesus. Und das fand ich einfach total passend, auch wieder für die Entrückung, wo ich denke, ich sehe die 333 so oft, weil das nahe vor der Tür steht. Und wir, genauso wie die Rahab aus Jericho vor diesem Gericht gerettet wurde, wir auch gerettet werden. Ja, und dann kam noch raus die Himmelsleiter von Jakob und krasserweise hatte mein Sohn vor kurzem erst ein Bild gemalt. Und zwar zeige ich euch das mal. Das hier hat er gemalt. Das ist tatsächlich eine Himmelsleiter und das hier unten ist Jakob. Und ich habe das gesehen und gesagt, Kinder, habt ihr im Kindergottesdienst vom Jakob was gehört? Warum habt ihr das gemalt? Weil Joana hat anscheinend auch ein bisschen mitgemalt. Nein, das haben wir einfach so gemalt. Und diese Kombination finde ich auch wieder total cool. Ja, diese Himmelsleiter. Da war auch ein Phänomen im Himmel in China. Das sah aus wie so ein Gebäude. Und wenn man aber genauer hingesehen hat, dann hatte das wirklich irgendwie auch so wie so Stufen, fand ich. Manche Leute haben gesagt, das wäre Bluebeam gewesen. Aber damit haben sich Geologen beschäftigt. Und so eine seltene Anomalie soll das gewesen sein. Die hat keinen wissenschaftlichen Namen, weil es einfach so selten vorkommt. Und es soll gegebenenfalls ein Zusammenspiel von Licht- und Wasserdampf gewesen sein. Sieht aber wirklich krass aus, muss ich sagen. Ja, und wenn wir schon bei der Geologie sind, da gehen wir jetzt mal weiter. Weg von der 333 hin zu dem Vulkan auf La Palma. Und da sind ja jetzt bisher fast 1000 Häuser zerstört worden. Eben wie gesagt, worauf bauen wir unser Leben auf? Klar, man wünscht das niemandem. Selbst ich als Christ möchte das nicht erleben, dass mein Haus von solchen Lavamassen überflutet wird. Aber dennoch weiß ich, dass selbst wenn es passiert und selbst wenn alle Grundfesten meines Lebens ein Erdbeben erleben, und das habe ich schon erlebt in meinem Leben, dass wirklich alles am Wanken war, dann weiß ich, der feste Fels ist Jesus. Niemand kann ihn mir nehmen und er lässt nicht zu, dass ich aus seiner Hand gerissen werde. Und das ist eine Ewigkeitsperspektive, wo ich weiß, dieses Leben, das endet eines Tages. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, ich werde vor Jesus stehen. Und das wird einfach nur wunderschön. Unvorstellbar wunderschön. Also auf jeden Fall hat ein Bruder auf YouTube den Eindruck gehabt, dass er mal den Wert von Canary Island, also kanarische Inseln wahrscheinlich, nachschaut. Also er hat dafür die Germatria genommen. Ich weiß nicht, was ich jetzt von der Methode halte. Ich denke, wenn der Heilige Geist uns so partiziell mal sagt, man soll was nachschauen, finde ich das, denke ich, absolut in Ordnung. Ständig sollte man das nicht machen. Aber da kam tatsächlich raus die Zahl 726. Und das ist ja die Zahl für Harpazo für Entrücken. Also könnte das auch ein Zeichen sein dafür, dass Jesus sagt, ich komme bald wieder. Es gab wohl viele Gläubige auch, die von einem Tsunami geträumt haben. Und es gibt ja eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass wenn da eben was abbricht von dieser Insel oder von dem Vulkan und ins Meer stürzt, dass ein Tsunami geschehen könnte, der die Ostküste von den USA betrifft. Und das ist auch nicht irgendwie nur eine Verschwörungstheorie oder von irgendwelchen Leuten, die jetzt den Weltuntergang heraufbeschwören, sondern auch zum Beispiel die Weltnachrichten haben darüber berichtet. Und es wird schon länger erforscht. Schon seit über zehn Jahren, glaube ich, haben Wissenschaftler da gesagt, dass es da eben dieses Potenzial zu einem Megazunami gibt. Eben sehr, sehr hohen Wellen, die da auftreten können. Auch das weiß man nicht genau. Wie hoch werden die Wellen? Werden die wirklich, was weiß ich, zehn Meter hoch? Werden die nur drei Meter hoch sein? So, aber auf jeden Fall gab es Gläubige, die haben von dem Tsunami geträumt. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ich übersetze euch das mal. Meine nicht an Gott glaubende Frau hatte vor sechs Monaten einen Traum. Okay, ist jetzt keine Gläubige, aber ein großer Tsunami kam und Menschen liefen davon, hatten Panik. Sie schaute mich an und ich war komplett ruhig. Und ich sagte, während ich nach oben schaute, es passiert. Sie schaute auch nach oben und sah helle, farbige Lichter im Himmel und dann wachte sie auf. Dann eine gläubige Frau. Jahre zuvor hatte ich einen Traum, wo alles zerstört wurde. Ich hielt die Hände meiner beiden Kinder und sagte ihnen, dass sie nicht nach unten schauen sollten, weil wir über Millionen tote Körper liefen. Ich schaute zum Golf und sagte, was ist mit der Freiheitsstatue? Es war zerbrochen in der Hälfte. Alles war zerstört, wie wenn Wasser oder eine Bombe hochgegangen sind. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, was ich gefunden habe, was Leute geträumt haben. Und es hat mich ein bisschen an den Film erinnert, The Day After Tomorrow. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ich schaue fast nie Filme. Ich mache das einfach auch nicht gerne. Aber den habe ich früher mal gesehen. Ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut. Und ich fand interessant das Ende von diesem Trailer. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, where will you be? Wo wirst du sein? Und da gibt es laut Bibel eben zwei Möglichkeiten. Entweder bist du im Himmel, weil du an Jesus geglaubt hast und sein vollbrachtes Werk. Oder du bist auf der Erde und erlebst die schlimmste Zeit, die die Erde jemals erlebt hat. Ein christlicher Kanal hat jetzt zum Beispiel noch berichtet, dass White Horse, also weißes Pferd auf Englisch, ein Synonym ist für Tsunami. Und im Deutschen, habe ich nachgeguckt, kommt das nicht hin. Das gibt es also nur im Englischen, dass das so ein Synonym hat. Aber Englisch ist die Weltsprache und in der Offenbarung kommt der Antichrist auf einem weißen Pferd. Klar, er kommt auf einem weißen Pferd, weil er quasi wie einen Scheinfrieden bringt. Aber vielleicht ist da was dran, dass dieses weiße Pferd auch eine Art Tsunami sein könnte oder eine Umweltkatastrophe. Interessant ist eben auch, dass Tropfen, wenn sie ins Wasser fallen, so eine Wasserkrone bilden. Und in Offenbarung 6, Vers 2 hat der Antichrist so einen Siegeskranz auf. Und der Antichrist braucht ja eine oder mehrere Gelegenheiten, um eine Bühne zu bekommen. Und die Bühne wird gerade bereitet. Aber ich denke, es werden noch entscheidende Dinge passieren, die ihm dann sozusagen den Einritt gewähren oder dass er eben bekannt wird. Und ein Kanal, den ich euch auch noch empfehlen kann, der heißt The Two Preachers. Und die fassen weltweit so Wetterphänomene zusammen. Die sind gläubig und die machen das wirklich ziemlich gut. Und man hat dann einfach einen Überblick, was so weltweit passiert. Auch die Seite ariehuda.de kann ich nur empfehlen. Da insbesondere die Breaking News. Der erklärt das sehr gut, was da gerade passiert, insbesondere rund um Israel. Und wenn man dann ein bisschen weiter runter scrollt, dann schreibt er auch nochmal seine eigene Meinung zu diesen Entwicklungen. Und in Israel ist eben auch noch eine interessante Geschichte passiert, vor vielleicht zwei Wochen oder so. Da ist ein Haus noch einen Tag vorher rechtzeitig evakuiert worden. 32 Familien, bevor es dann eingestürzt ist. Also es gab wohl Risse in der Wand. Die Türen konnte man wohl nicht mehr richtig schließen. Und man merkte, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Haus. Und einen Tag vorher wurden diese Leute evakuiert. Und auch das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich denke, auch unsere Evakuierung wird rechtzeitig geschehen. Wir werden von Jesus gerettet werden. Genauso wie Henoch entrückt wurde. Genauso wie Noah gerettet wurde, als die Flut kam. Genauso wie Lot aus der Stadt hinaus geführt wurde, als das Gericht über Sodom und Gomorra kam. Und Rahab, die Prostituierte, die das eigentlich nicht verdient hätte, aber die geglaubt hat und Gnade gefunden hat bei Gott. Und vor dem Gericht über Jericho gerettet wurde. Und so wird das bei uns auch sein. Im Moment gibt es so viele Zeichen in diese Richtung. Das kann man eigentlich gar nicht alles so zusammenfassen in einem Video. Der Name Gottes zum Beispiel erscheint im Moment an der Ostmauer in Israel. Da wird Jesus bei seinem zweiten Kommen durch das Tor gehen, laut der Prophetie. Und gegenüber davon ist der Ölberg. Auf dem wird er kommen, bei seinem zweiten Kommen und wird den Ölberg spalten. Und da sind jetzt eben die ersten drei Buchstaben vom Namen Gottes sehr deutlich gekommen. Ich konnte es am Anfang nicht glauben, aber es gab Leute, die sind da hingegangen und haben das nachgeprüft. Dann ist ein See beim Totenmeer blutrot geworden. Das passiert genau zum höchsten Feiertag in Israel an Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Das nächste ist, der Euphrat trocknet aus. Das ist schon länger so, aber es ist sehr akut. Und in Offenbarung 16, Vers 12 spricht die Bibel selbst davon, dass der Euphrat austrocknen wird. Und selbst Muslime sehen das anscheinend als ein Zeichen der Endzeit. Und ich weiß nicht genau, ob Mohammed da eine Prophezeiung zugemacht hat. Ich glaube schon, in den Hadithen steht irgendwie drin, dass da Gold dann zum Vorschein kommt. Ich persönlich glaube das nicht, dass das passieren wird. Aber die Bibel spricht in der Offenbarung eben genau davon. Und das sind alles Vorbereitungen für eben das, was dann in der Offenbarung konkret steht, was passieren wird, wenn wir nicht mehr da sind. So, letzter Vers, Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Worauf setzt du deine Hoffnung und vor allen Dingen auch, was ist deine Identität? Das ist ja so wichtig, wenn einem eben diese ganzen Dinge genommen werden, das Haus und all diese Sachen. Wo ist der Kern? Wo hat meine Seele ihren Anker? Und da steht das Warten der Gerechten. Und das ist meine Identität als Gläubiger an Jesus. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er so gut war. Nicht, weil ich alles richtig gemacht habe, sondern weil er das richtig gemacht hat. Und er hat es mir angerechnet. Er hat mein Gericht auf sich genommen, meine Sünde und hat mir dafür seine Gerechtigkeit geschenkt. Und nur so kommen wir in den Himmel. Nur so ist garantiert, dass der Himmel voller Gerechten ist und eben nicht mit Sündern, die ein schlechtes Herz haben. Sondern Gott verwandelt unser Herz und er selbst macht, dass wir seine Gebote halten können. Ja, das ist eigentlich mein Endschlusswort. Worauf baust du dein Leben? Ich hoffe, dass du auf Jesus baust. Er ist das feste Fundament, das dir niemand rauben kann. Und er möchte auch für dich den Himmel vorbereiten. Also mach's gut. Ciao. 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 Ciao.